ARD Text im Auftrag von Funk Ja! 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 Ja, danke. Holt schon mal die Küchenrolle raus, macht euch schon mal bequem. Screenshottet, gleich gibt's Füße. Wer hat Bock? Einzel-Chat, Füße, 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 Füße. Ah, ich nehm heute wieder, ich nehm sie heute wieder komplett. Bisschen Rachen rein. Aber mit dem Wissen hab ich's gemacht, dass ich sieben Gegenstände wählen kann, wie ich möchte. Und nicht sowas dann am Ende, dass ich so eingeschränkt werde. Sieben Zigaretten. Wie soll ich denn da länger machen als acht Stunden mit sieben Kippen? Wird die Kuh häufig von Bewachsenen bestiegen? Ja? Okay, so... WOOOOO! 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 I know you're tight. You just don't know when to give up. Figi, 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 5 Euro. Bad weather, Regen, bum bum auf dem Dach. Oh! Herzlich willkommen. Schön, du hier. Schön, du hier. Schön, du hier. Ey, das gibt's nicht. Du bist hier. Du bist hier heute Abend. Bei mir. Du bist heute bei mir. Und bei meiner Mutter. Die Alte kommt gleich reingewackelt. Hallo? Die kommt sofort. Die ist gleich da. Wie red'schen, du? Wie behindert da? Also, ähm. Wie soll ich das jetzt sagen? Ohne, dass es komisch klingt. Aber der hat in seinem Blick was Dreckiges. Weißt du, was ich meine? Oh, oh shit. Das läuft jetzt schon über. Nee, ist nur Schaum. Oh, oh. Ah. Ey, ich muss das für die Arbeit tun. Ah, shit. Ich weiß es. Ich baue es. Schatz, wir bauen es. Ich weiß es. Wir brauchen nur, äh, wir brauchen ein krass, ein geiles Zelt. Wir brauchen ein geiles Zelt. Wir brauchen ein geiles, großes Zelt. Ein Zelt, ein Zelt. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich baue es, ich baue es. Ich mag. Lieben wir uns, mal was anderes. Oh, hab ich meiner Frau gestern Liebe gegeben. Wirklich, ich hab meiner Frau gestern wirklich extrem viel Liebe gegeben. Wirklich viel Liebe. Alarm. Was fällst du von mir an? Ich hatte gestern drei Dates. Schlappschwanz. Noch ein Schlappschwanz. Und der dritte ist noch nicht mal gekommen. Und ihr wisst, wie ich das meine. Es wird nie passieren. Wir sind doch nicht bei Love Islands. Es wird nie passieren. Und der dritte ist noch ein Schlappschwanz. Und der dritte ist noch ein Schlappschwanz.